Musik 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 Allerdings sind die Menschen hier in Kochem noch sehr entspannt, denn so ein Hochwasser, was man jetzt hier hinter mir sieht, das kennen die Menschen hier und darauf sind sie auch vorbereitet. Es soll heute im Laufe des Tages noch etwas höher werden, etwa 20 Zentimeter im Laufe des Nachmittags, aber dann soll das Wasser hier auch wieder zurückgehen.